So, und da bin ich wieder da. Gut, fortsetzen. Ich müsste kurz ans Telefon gehen. So, wir wollen das Moment, wenn die Munition ein bisschen knapp wird. Jetzt haben wir hier mal kurz wieder bis zu was ein. Ah, jetzt probieren sie von der Seite. 40% 007. 40%? Das müssen wir mich verarschen. 50% Chirr! Chirr! Hey, es geht aber schnell. Und jetzt so noch. ARD Text im Auftrag von Funk ja scheiße ich bin total der sterben ich werde sterben nicht sterben ohne Munition ist das nicht möglich wie muss ich davon kommen ich glaube ich muss davon kommen definitiv schon dass ich meine Munition bisschen ja ich komme die doch dann da dran vorbei mann schade stirbst du da nicht mal und sie müssen in der nähe des haupt terminals bleiben ich brauche Munition 80 Scheisse Wir haben dann 31 Schuss Da passt nochmal ein bisschen rein Mal rum rum Wird eingeleitet Immer noch nicht tot Er wurde gar nicht sterben Verschlüsselung aufgehoben 007 scannen Sie das zentrale Terminal um auf das Raffinerienetzwerk zuzugreifen Was für ein Ding soll ich scannen? Reicht nochmal nie So E Drück E Hier Bond Wo sind Sie Bond? Pomorovs Raffinerie Es ist schlimmer als wir dachten Er hat eine ganze Biowaffenfabrik gebaut und stellt tonnenweise Toxine her Können Sie sie zerstören? Das kann ich Ihnen gleich sagen Ups Ich glaube wir haben ein Problem Komme ich da rüber? So Oh Ah Das ist ja toll Space Ich glaube ich sollte mich ein bisschen beeilen Zum Abschluss wird es echt eng Puh Zum Abschluss wird es echt eng So war's nicht ganz geplant, aber ich zieh' nicht ab. Immer noch in so 8, ich hab's halt. Ich hab's halt auch mal drauf, wenn ich euch umdrehen. So, stirbt. So, stirbt, dann bring ich die so. Uh, ne Kanate. Wir sind schon wieder beinahe eng geworden. So, go, go, go. Schnell bis zum Monier holen. Ja, ist doch eigentlich gar. Also der Ausgang ist schneller, oder besser gegangen, was der Weg noch hin. Sind wir ein paar Mal erst so korrekt? Jetzt haben wir noch den Außenbericht vor uns. Okay, okay, okay. So, und das ist Schluss, das ist sehr gut. Du, zieh da oben nach. Der Rest kommt mit mir. Okay. Oh, ist denn nicht bei mir? Verstanden, 26. Weiter suchen. Das Ziel möchte in diesem Bereich sein. Verstanden, suche weiter. Ah, komm. Nein, 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 nein. Nicht nachladen. Boah. Leck mich, war das gerade knapp. Hui. hui 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 und tschüss oh kein Adwerfer okay, wir sind ja wirklich am Hey Jungs, habt ihr was gesehen? Die Zentrale meinte, er könnte hier durch sein Nein Ist da jemand? Feind von Nacht! Funktioniert eigentlich doch ganz gut So, hier weiter Da noch 007, dieser Kontrollraum steuert die Kernsysteme der Raffinerie Greifen Sie auf das zentrale Schaltpult zu, dann mache ich eine Diagnose Cool, dass hier ein Laptop rumsteht Es sieht so aus, als könnten Sie mit einer Überlastung der Kühl- und Abluftsysteme eine katastrophale Kettenreaktion auslösen Suchen Sie die Überbrückungsventile 007 Sie müssen diese Biowaffen zerstören Jawohl Was sagt das Handy? Wir müssen hier raus! Okay, da ist irgendwo eine Informationsdatei Okay Da ist irgendwo eine Informationsdatei Und tschüss Und tschüss Hier ist hoch 007, dieser Weg führt zum Wärmetauschventil Sperren Sie das Ventil und legen Sie das Wärmetauschsystem der Raffinerie lahm Machen wir Wissen wir wer Design-Dringling ist? Nein Aber Was war das? Greifen! Tschüss So Und tschüss Wo ist denn das für ein Teil? Also das soll Schnee sein Wo ist denn das für ein Teil? Also das soll Schnee sein Ich glaube ich ist noch still, okay Wache Verstärkung! Ich weiß nicht mehr Außerhalb Wache! Statusbericht! Oh! So Wo hast denn du hinschießen wollen? Alter! Lass mich halt mal kurz wenigstens zählen Da oben ist es Das ging aber schnell Das ging aber schnell Sie haben es geschafft, Bond Begeben Sie sich jetzt zur Kühlstation und überbrücken Sie die Sicherheitsvorkehrungen Nein Wachen Sie Nein Bogen wer Da ist er Warum Kippen an! Kippen an! Sehr gut. Ja, weiter! So, wieder da drauf, okay. Jetzt in den anderen. Spannend. Dann gehen wir da hinten durch, wenn wir da irgendwo hinkommen. Okay, stimmt. Begeben Sie sich zur Kühlstation 007. Überbrücken Sie das System.